Herzlich Willkommen zu diesen spannenden Tagen aktuell bei Bitcoin. Wir schauen natürlich aktuell wieder in die interessanten Geschehnissen rein und zwar in die On-Chain-Daten. Einmal auf die Liquidation Heatmap, was uns das noch sagen könnte für die aktuellen Kursbewegungen. Timo wird dann nochmal auch natürlich in die Open Interest und die Funding Fees reinschauen. Das ist natürlich auch immer sehr wichtig und wird dann natürlich nochmal darüber sprechen, was jetzt aktuell in den News los ist, was jetzt in den nächsten Tagen passieren könnte mit dem Bitcoin Spot ETF-Entscheidung. Das und vieles mehr werden wir uns heute anschauen. Denn Liam wird sich natürlich auch nochmal mit euch die Charts genauer anschauen. Wird hier nochmal auf die großen Timeframes, aber natürlich auch nochmal auf die kleinen Timeframes in Hourly und Vorhörly Timeframe eingehen, damit wir wirklich wissen, was jetzt die relevantesten Preisniveaus sind, auf die wir jetzt schauen sollten. Bevor wir jetzt ins Video rein starten, einmal einen herzlichen Dank an alle Leute, die uns hier jeden Tag supporten. Lasst doch gerne mal ein Like auf dieses Video da. Damit unterstützt ihr uns sehr. Sonst schreibt doch gerne auch einen Kommentar. Und für alle, die neu hier sehen, abonniert natürlich gerne diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Dann seid ihr jeden Tag up to date, was in Cryptospace los ist. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt auch sofort rein. Und damit auch ein herzliches Hallo von meiner Seite. Die Zulassung des Bitcoin Spot ETFs ist so nah wie nie zuvor. Jetzt könnte sogar bereits ein Datum feststehen, beziehungsweise sogar schon die Abstimmung der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde geplant sein. Was ist denn überhaupt passiert? Bis zum Ende dieser Woche mussten ja die ETF-Emittenten nochmal weitere Änderungen in ihren Anträgen vornehmen. Und jetzt laut einer Quelle von Bloomberg soll es am nächsten Mittwoch, so wie wir es auch erwartet haben, sozusagen am 10. Januar, dann wirklich zu der Abstimmung kommen. Bedeutet, die SEC-Mitarbeiter werden sich zusammensetzen und darüber abstimmen, ob der Bitcoin Spot ETF wirklich zugelassen wird. Dass dieses Treffen jetzt laut der Quelle schon wirklich vorbereitet ist, das gibt uns natürlich Hoffnung, dass wir die Zulassung auch wirklich sehen werden. Aber ganz klar aufgepasst, bis dahin kann noch einiges passieren. Beispielsweise kann natürlich auch der ETF abgelehnt werden. Trotzdem aber, wir haben ja aktuell dieses größere symmetrische Dreieck auf dem One-Hourly- bzw. Vor-Hourly-Timeframe. Und das könnte jetzt auch aus On-Chain-Datensicht interessant werden. Warum? Das wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen. Seit diesem Flash-Sale bzw. diesem Flash-Crash, den wir am letzten Mittwoch gesehen haben, wurden sehr, sehr viele Positionen bzw. einiges an Open Interest aus dem Markt gespült. Was bedeutet das jetzt für uns? Wir sehen das hier sehr schön. Seitdem ist das Open Interest nicht mehr nennenswert angestiegen. Was bedeutet das für uns? Wir befinden uns immer noch bei ca. 10,87 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend sind kaum neue Positionen hinzugekommen. Auch gleichzeitig sehen wir, dass die Funding-Rate extrem abgefallen ist. In den letzten Wochen hatten wir vermehrt sehr positive Funding-Rates. Das hat ja auch vielen Probleme bereitet, weil eben die großen Long-Positionen natürlich viel an Gebühren gefressen haben. Jetzt ist das Ganze aber wieder sehr, ja, man kann schon sagen ausgeglichener, hängt primär damit zusammen, dass hier an dieser Stelle eben, wie gesagt, keine neuen Positionen in den Markt hinzukamen bzw. gerade nach dem Flash-Crash einige neue Short-Positionen eröffnet wurden. Das zeigt sich auch auf der Liquidation Heatmap hier sehr schön zu erkennen. Unser sehr starker Abverkauf am Mittwoch. Seitdem hat sich eben dieser gelbe Bereich hier zwischen 46.000 und 48.000 US-Dollar nochmal verstärkt, bedeutet, einige große Short-Positionen wurden hier eröffnet und das ist in meinen Augen auch eine ganz, ganz klare Spekulation eben jetzt auf die Zulassung oder auch Ablehnung des Bitcoin-Spot-ETFs. Seit Wochen sprechen ja viele in der Crypto-Community davon, dass es wahrscheinlich einen größeren Abverkauf geben wird, sprich ein Sell-the-News-Event. Ob das wirklich so eintritt, das können wir noch nicht sagen, aber diese On-Chain-Daten deuten ganz, ganz klar darauf hin, warum keine neuen Positionen, die hinzukommen. Sinkende Funding-Rate bedeutet, die Personen am Markt wechseln jetzt eher ihre Meinung von Long zu Short. Natürlich haben wir noch keine negative Funding-Rate, immer noch mehr Investoren sind Long ausgerichtet, aber gerade eben dieser große Liquiditätsbereich, beziehungsweise hier eben auf der Liquidation Heatmap, in dieser Bereich, der zeigt natürlich ganz, ganz klar, da sind einige größere Short-Positionen dazugekommen. Dementsprechend Vorsicht ist geboten. Dieses Sell-the-News-Event ist wirklich nicht unwahrscheinlich. Trotzdem müssen wir aber sagen, es könnte natürlich gut sein, dass die Market Maker vor der Zulassung nochmal einen Pump auslösen, beziehungsweise den Kurs nach oben treiben, um eben diese Short-Positionen aus dem Markt zu spülen. Bedeutet hier in diesem Bereich von 46.000 bis 47.000 US-Dollar. Ob es dazu kommt, das kann auch keiner so wirklich sagen, aber die Anzeichen, die sehen auf jeden Fall danach aus, dass wir einen größeren Abverkauf sehen könnten. Das war es jetzt so weit von mir. Ich gebe das Wort weiter. Wir sehen uns morgens im nächsten Video. Ciao. Leute, dann wollen wir uns auch direkt nochmal den Bitcoin-Chart genauer anschauen. Und zwar können wir ja hier erkennen, hatten wir gestern diese Candle, die wieder einen sehr großen Wick hatte. Das bedeutet, haben wir in den letzten fünf Tagen enorm große Volatilität gesehen beim Bitcoin-Kurs. Und das ist sicher darauf zurückzuführen, dass wir jetzt immer näher auf die Spot-Entscheidung zukommen, also die Spot-ETF-Entscheidung, ob diese zugelassen werden, beziehungsweise der ARK-Invest-Spot-ETF. Und dementsprechend wird es dann natürlich sehr spannend und momentan auch etwas volatiler beim Bitcoin-Kurs. Trotzdessen, hatte ich gestern auch im Video erwähnt, fand ich es sehr interessant, ob wir jetzt tatsächlich auch am Wochenende einen volatileren Kurs sehen werden. Das Ganze ist aber bis jetzt noch nicht der Fall. Heute sind wir ja noch einigermaßen illvolatil, sage ich jetzt einfach mal. Also bis jetzt 0,7% im Minus. Zwischenzeit waren wir schon über 1,5% im Minus. Aber das wurde dann auch wieder ein bisschen aufgekauft. Was aber wichtig ist, ist, dass wir gestern diese Candle jahrten. Und dort können wir natürlich erkennen, die hat einen extrem kleinen Körper und einen riesigen Wig nach unten und ist rot geschlossen. Dementsprechend können wir ja auf jeden Fall davon reden, dass wir hier natürlich zum einen gebounced sind in Richtung Long, aber natürlich es trotzdem nicht geschafft haben, über diesen horizontalen Widerstand drüber zu kommen. Und diese Resistance uns jetzt natürlich ein bisschen weiter nach unten drückt, weshalb wir momentan mit dem Kurs hier ein Stückchen abverkauft werden. Und dahingehend müssen wir uns dann natürlich auch morgen nochmal die Weekly Candle anschauen, wie diese dann schließen wird. Denn das wird dann natürlich auch nochmal sehr interessant, gerade in Bezug dann auf den 10. Januar. Was wir jetzt hier erkennen können, ist, dass wir eventuell dann morgen im Verlauf des Tages nochmal die 42.700 US-Dollar antesten werden. Je nachdem natürlich, es kann natürlich auch wieder sein, dass wir am Wochenende jetzt tatsächlich wieder die komplette Seitwärtsbewegung sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch etwas volatiler sein wird. Jetzt wollen wir nochmal vorgehen auf den Stundenchart, denn hier können wir auch erkennen, haben wir hier wieder einen Bounce gesehen von der Widerstandslinie, die hier zum Support geworden ist. Momentan haben wir hier einfach eine Seitwärtsbewegung und man könnte hier erkennen, dass sich hier an sich so ein kleines Symmetrical Triangle bildet. Und dieses Symmetrical Triangle könnte halt eben ein Continuation Pattern sein. Es ist aber, wie gesagt, hier wirklich noch nicht so gut einzeichnbar. Man kann es jetzt nicht sonderlich gut erkennen. Auch nur die Wicks haben dann halt immer kleiner werdendere Volatilität. Aber ich denke, man kann es hier erkennen. Jedoch ist hier natürlich die Frage, in welche Richtung wir das Breakout sehen würden. Ich würde das Breakout jetzt mal so nehmen, an dieser Stelle ungefähr. Und wenn wir jetzt Long ausbrechen würden, würden wir dann hier einen Breakout zu 46.000 US-Dollar sehen. Wenn wir Short ausbrechen würden, zu 41.000 US-Dollar, halte ich aber für ein bisschen riesig. Also ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass wir erst im Verlauf der nächsten Woche ausbrechen werden. Und dann kommt es natürlich eh auch nochmal drauf an, was wir hier in Richtung Spot ETF-Entscheidung sehen werden. Und in diesem Sinne, Leute, war es das auch mit dem Video. Und ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like und ein Abonnement und aktiviert die kleine Glocke, wenn ihr unseren Content nicht verpassen wollt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns zum morgigen Video wieder. Bis dann, Leute. Ciao.